Erleben Sie in dem neuesten Werk der Macher des international erfolgreichen Adventure Games Black Mirror. Ein außergewöhnliches Abenteuer mit über 80 malerischen Schauplätzen, kinoreifen Zwischensequenzen und einer packenden Geschichte. Plymouth ist eine wundervolle Stadt, voller Möglichkeiten für einen Deak. Mit zahlreichen sympathischen Zeitgenossen, aber auch romantischen Momenten. Meine Reise wird mich aber noch viel weiter bringen. Die ganze Welt liegt mir zu Füßen. Ich habe schon zu lange gewartet. Nichts kann mich mehr stoppen.